herzlich willkommen youtube zur nächsten runde wir fliegen die runden diesmal in den turm des heils und werden vieles neues sehen und immer sagen wir starten mal durch noch ihr dürftet wieder wissen dass es eine neue session ist weil ihr diesmal wieder ein pauschband hatte so wird abgeklärt haben ich glaube ich habe es einmal vergessen hat sich schon mal erwähnt habe jahre geht zu tun des heils und dann würde ich mal sagen wir ballern durch noch dann haben wir letzte folge schon vorbereitet ihr habt im endeffekt nicht verpasst und ich würde mal sagen wir starten mit einem schönen gespräch ich habe auf euch gewohnt mit dem steigt die drachen paar weisen ich werde mit der auserwählten reiten es ist meine aufgabe zu beschützen leid mit wem willst du weiten mit china also wenn wir uns schon ausdrucken dürfen ich würde mal sagen nehmen wird gleich auch schon bisschen schief gehen jetzt ist es bald soweit bald wird die welt erneuert werden und das reiler wird mit vertraut kotlet ich bin sicher sie fragt du mir wie wir beide welten retten können ja kotletten würde zahlen donatella nicht einfach im stich lassen ich vertraue ich glaube ich habe das spiel vor 15 jahren genauso gestartet wir haben was könnte es mit kratzer looks like they're gone in already was haben wir schon vorausgekommen weil wir uns der loppe galoppe galoppe und jetzt habe ich mich richtig was ist das teleporter das leichen ach so dass dann sind das sehr was soll diesen leichen hier das könnte sich um alle außerwirten handeln die bei ihren versuchen die welt zu erneuern gescheitert sind wenn könnte scheitern wird sie auch hier landen verdammt ich mache mir sollen und gott bei uns ja das ist die sprüche noch 20 minuten weiter man kennt was nun meine tochter überwinde das letzte damit wirst du den letzten teil deiner menschlichkeit opfern dein herz und dein erinnerung da du dies aus freiem willen tust wirst du zu einem wahren engel menschliches leben wird hier als ein ende finden und sie wird als engel wiedergeboren ein engel zu werden bedeutet dass sie sterben das ist nicht korrekt das herz der auserwählten wird sterben ihr körper aber wird der götten martel dargebot dargeboten indem sie ihren körper anbietet wird die götten wiederbelebt das ist die wahre natur der welt erneuerung die wieder die wiedergeburt der götten martel ist die erneuerung der welt wir haben erfahren dass eine welt namens realer parallel zu silberand existiert das ist für euch nicht von interesse ihr habt daraus ein geheimnis gemacht weil es die weit ist korrekt von wem habt ihr darüber kann crucis nicht beinwählten den frieden bringen wenn dies der wunsch der auserwählten ist so kann sie ihre kraft cruxis geben indem sie ein engel wird sobald die göttin martel wiedergeboren ist werden die beiden welten sicher den frieden finden wie es sich die auserwählte wünscht ist der true you ask you know you have come here du fragst ob dies die wahrheit ist weißt warum du hierher gekommen bist du kannst du kannst du wirklich sterben die stadt die stadt die stadt die stadt die fern die löffel wenn du dich nicht opfersen würden erst deine freunde die die schlieben und deine familie und mich unsagbar schmerzen es wäre so als würdest du alle opfern ich möchte auch nicht dass etwas geschieht aber was sollen wir sonst die opferung einer einzigen person der ausgebilden ich würde die welt retten willst du damit sagen dass es die seele der auserwählten dem wohl der welt opfern würde komm zu deinem vater im kinder und möglichkeit man könnte doch mal du willst aber stimmig dass er jetzt verreckt hier meine tochter dass ich nicht lache und nachdem ich herabgestiegen war um die rolle eines schutzengels zu spielen habt ihr jammerlichen kreaturen ganz von selbst angefangen mich ihren vater zu nennen ich habe lediglich die opfergabe welcher auserwählt ist markel schreien zu werden mit dem krisis kristall versehen ok ich wusste was vor jedes mal wenn ich remiel traf spürte ich dass das er nicht mein richtiger vater und trotzdem fühle ich dass ich meine möchte wenn du wusst hast alter warum lauerst du nicht ich bin so glücklich ich werde mich doch noch von euch verabschieden können ich habe versprochen keine fehler mehr zu machen aber ich habe es wieder getan nein danke lord durch dich habe ich den mut gefunden diese welt zu schützen du gabst mir die kraft in den letzten sechzehn jahren wirklich zu leben du gabst mir die kraft in den letzten sechzehn jahren wirklich zu leben die kraft in den letzten sechzehn jahren wirklich zu leben die kraft in den letzten sechzehn jahren wirklich zu leben ich habe es geschafft markel schreien es schließlich verendet jetzt werde ich endlich eine der vier seraphim jetzt werde ich endlich eine der vier seraphim werden es wird sie mit sich was er wird sie mit sich in den himmel nehmen was hat dafür zu bezahlen es ist alles nichts als eine große lüge nicht wahr lass sie sofort frei diese bitte kann ich die nicht gewähren denn sie ist martels schreien dies ist der neue körper der göttin martel und seine vollendung hat viele jahre gedauern ich habe keine verwendung mehr für euch ich habe keine verwendung mehr für euch verschwindet ich habe keine verwendung mehr für euch es ist die ersten ich habe keine Ahmet développungen ich habe keine Ahmet ich habe keine Ahmet ausw tiring The power of the dragon is the only one that I've ever seen in the future. I'm gonna go and get the sword. Ichi-Do. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Woah! Wie ist das? Oh Wie kann der Hunde die Kraft verlieren? Wie kann der Hunde die Kraft verlieren? Ach, komm, was ist das? Fuck, Alter! Und möglich! Ein Engel, das ultimative Geschöpf, kann nicht gegen eine Gruppe von Menschen verdienen. Kled, komm zurück zu uns! Und wenn du dich zurück in deinem selbst? Ich verspreche dir, du bist ein wahres Selbst. Komm, ich verspreche es! Komm! Colette, hast du mich wirklich schon vergessen, Mann? Du wirst deine Zeit. Nicht nur hat sie ihre Erinnerung verloren, aber sie hat die Seele verloren, um deine Worte zu hören. Du verschwendest deine Zeit. Sie hat nicht nur ihre Gedächtnis verloren, sondern auch ihre Seele. In deinen Worten folgen zu können... Now, Colette, ist nur noch eine Marionette, die vor der Pforte des Todes steht. Kratos! Wo bist denn du gewesen? Was sagst du? Wo bist denn du gewesen? Und wann bist du da? Es war der Wille der Auserwählten, die Welt zu erneuern. Sie hat diesen Weg selbst gewählt. Durch den Ruf der Auserwählten nach Darrus Carlon wird das Siegel gebrochen und die Erneuerung wird vollbracht sein. Kratos, was glaubst du? Es ist, was du auch willst. Wir werden die Erneuerung als neue Körper für Martell nehmen. Äh, es war der Wunsch. Es war auch euer Wunsch. Wir werden die Auserwählte Martell darbieten. Was sagst du? Kratos, antwortet mich! Sagen wir, was? Lord Kratos, hab Mitleid mit mir, bitte helft mir. Hast du schon vergessen, Remiel? Hast du schon vergessen, Remiel? Ich gehörte selbst einmal zu diesen niederen Rasse, den Menschen. Sucht das ultimative Geschöpf etwa Hilfe bei denen, die es am meisten verabschalt? Tod. Aus dem Weg. Kratos, wer bist du? Ich gehöre zu Cruxis, der Organisation, die diese Welt regiert. Ich bin einer der vier Seraphim, ausgesendet, die Auserwählte im Auge zu behalten. Kratos ist ein Angel, auch? Kratos ist auch ein Angel? Du hast uns gefeiert. Du hast uns gefeiert. Ich bin gefeiert. Ich bin gefeiert. Ich bin gefeiert. Sie will erwachen und die Welt wird gefeiert. Die Auserwählte 1 wird mit Martell, die diese Erwachen um die Welt und die Welt gerät. war es nicht das, was ihr wolltet? Sobald die Körper durch die Göttin Martell in Besitz genommen wurden, wird Kotelett sterben. Nein, sie wird als Martell wiedergeboren werden. Verdammt, du denkst, ich werde dir das tun lassen? Kotelett ist unser Freund! Du glaubst ernsthaft, dass du mich verletzen kannst? Was? Neue Weise! Warte! Geh' uns! Geh' uns! Geh' uns! Geh' uns! Geh' uns! Geh' sie noch nicht! Geh' uns! Geh' uns! Das Wort hat auch runtergekommen! Dich! Geh' uns! Geh' wir paperen! Geh' uns! Geh' uns! Geh' uns! Geh' uns! Geh' uns! Ja, ja, ja. Oh. Wow! Nah, es ist einfach nicht easy. und diese schmerberg der im stadt und dass wir hier tränke hochballern man kann sich mal schon wieder tausern Was ist das? aber wirklich so So, muss ich schon wieder belähen. Und, ich schieße ihn, ich schieße ihn. Ich schieße ihn, ich schieße ihn. Oh, du bist dann? Oh, du bist dann gut. Noh, du bist da hinten. Oh, du bist da, du bist da. Nirend du hast du den? Du bist dann? Du bist dann. Walter, du bist dann? Du bist dann? So schnell, du bist dann. alka leckt mich doch nicht gerade schön schädel gespalten plus 0,1 und im dreiener geht doch schon läuft doch schon schmecke live doch schon time to finish this i guess not even you could bring yourself to fight against such an opponent ich schätze sogar du kannst es nicht über dich bringen gegen so ein gegner zu kämpfen nur die obdressio und ganz komischer namen er ist das noch eine arjuno ist du nenn mir deinen namen und ich verrate dem heim einem külter muss man sich nicht vorstellen war das gesagt alter ich werde dir meinen namen verraten ich bin ein führer von cruxys und der designs man will show you the meaning of true power ich höre jetzt irgendwas wahlkräftes die gedauert ist vorbei das muss ich nicht wieder machen Ein geplanter verlorener Kampf. Kratos, ich schätze, du hast keine Einwände? Ähm, farewell. Goodbye. Verdammt, die Auserwählte ist bereits zu einem Engel geworden. Wir haben keine Wahl. Wir nehmen sie lebend mit uns zurück. Renegades, so irritierend wie immer. Still, es ist wenig Konsequenz. Kratos, lass uns weg. Wie ihr wünscht. Hm. Hm. Saved by the Renegades. Don't die, Lloyd. Hm. Von den abtrünnigen gerettet? Stirb nicht, Lloyd.